Nicht wirklich? Ein Humbugger, die muss ich stellen. 2 Cheeseburger bitte. Kannst du noch was setzen? Nein, alles. Ich mache jetzt ein paar 30 und 2, dann bin ich. Jo. Wo ist 2? Aber es sind vier Räder und ein Auto hat auch vier Räder, also zählt es doch oder nicht? Drei Räder? Ei, Nein! Eins, zwei, drei.... nicht mal zehn, können sie! Hallo? Na, G-Straße! Und an Ihrer Bestellung haben Sie? Hallo, zwei Swiss-Bürger bitte! Zwei Euro am Fenster 1, danke schön! Sieht gut aus, ja! Aber so weit waren wir am Burger King auch schon? Besser wie der Burger King, der hat uns weggeschickt. Ja, eben? Genau. Danke. Muss ich vorfahren? Gut. Ja. Mythos bleibt in Erfüllung. Aber nur beim Messen. Danke. Tschüss. Jawohl, jawohl. Tschüss. 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 Tschüss.